Herzlich Willkommen zurück zu den Sommerspielen mit Krabs und Kundran. Wir stehen einfach rum, hallo. Läuft! Oh fuck. Den hab ich. Sehr schön. Schade. Uh. Da geht er wieder Richtung Tor. Hast du noch einen? Nur einen schwachen, aber dafür jetzt. Ah shit, der hat den aufgehalten. Der ist noch heiß. Ja, der ist noch heiß. Da. Au. Wo ist der Ball? Ach shit, ich stand wieder auf so einem Feld drauf. Das macht mich total fettig, diese Felder. Okay, gut Krabs. Oh. War das geil. Ich glaube, wir haben beide geschossen. Ja, ja, haben wir auch. Krabs stellt den Ball. So, dann zählt der den. Was seine Kurve geflogen hat. Ja, ja, ja. Abgefälscht. Ich steh hinten. Krabser. Ausgespielt. Nein. Wo ist eigentlich der Ball? Oh Gott. Wo ist der Ball? Da. Da. War noch mal neben Tor, ey. Ist noch gut. Gehalten. Gehalten. Da kommt der Stürmer. Gehalten. 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 Ich hab keinen Boost. Gehalten. Nein! Gut ran! Lupft er über mich rüber Hä? Wusste ich Don Du möchtest wie ein Schweinchen in der Mitte eilen Ehe Ehe Jetzt gibt's auf die Ohren Da kommt noch einer Nach vorne damit Wo ist der Ball? Ah fliegt er raus Und jetzt Oh da kommt der Konter Shit Tore ich auch grad nachladen Ja Man will immer nachladen Ah zieht er ihn wieder nach vorne Oh der kommt auch nicht schlecht Dann schieße ich ihn wieder zurück Oh der kommt wieder Schön Der kommt gut Oh das war knapp Oh das war schön Das war nein Hammer Schuss mit da Eher von hinten Und Und Ah Der war richtig gut Ich hab Ulti Ich auch Ich steh wieder hinten Ja ich geh erstmal rein Lauter Alle Regler auf Anschlag Jetzt wird's massiv Schön Ah shit Ich dachte ich komm noch dahinter vielleicht Wow das war nicht schlecht Oh der hat den nochmal gut bekommen Ja ich auch Ey ich hab ihn in eine ganz andere Richtung geschossen Abgefälscht Der geht rein Haha Nice schönes Tor Boah die waren wir fertig Die waren wir fertig Ey jetzt Er hat den Der Gegner hat den rangezogen gerade Und dann hab ich die Richtig Da 3-0 Ja Da steht er nur rum Der eine War schon Kacke Mein Ball Konan schieß den Ball und dann geh ins Tor Hab noch Ulti Geh auf es geht Ich bin hinten Goll Was war das? Ah Schade Geh auf es geht Oh shit Oh shit Nein 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 Weil Kunrad aus dem Kasten kommt Ja Kunrad Kunrad Da sieht man es auch nochmal Schön wer da raus rennt hier Da Das Da haben wir vorbeigelegt Guck mal der hat da nicht reingedrufen Man merkt eigentlich das Feld ist eigentlich voll groß Wenn du ohne Speed rennst oder so brauchst du ewig Brauchst du ewig Ja Oh shit Zu früh Ich film nicht Ich geh nach hinten Ich geh nach hinten Aber ich hab einen schönen Doppelpass mit dem Gegner gespielt Da jetzt Ok Also da schon Da hab ich zu früh gedrückt Ich geh nach hinten Kunrad Ok Ich mehr das zum Ball nehmen Du musst erst den Ball holen Ich geh nach hinten Ich geh nach hinten Okay Ich geh nach hinten Ich geh nach hinten Ich geh nach hinten Oh Gott ja Ok jetzt aber da jetzt mal so ein jumpfeld gebraucht nochmal oh shit oh shit die kommen der geht rein von mir da kam nochmal das powerplay von denen er hat noch abgefälscht ja genau in die Mitte dürfts gewesen sein Breakdance direkt am Anfang direkt am Anfang Breakdance wir haben alle getanzt oh man das war das Tor am Ende glaub ich ja jetzt angehen nur Tore Zeit für den soliden Beat wo ist der Ball? Tore war Tor dann Breakdance hat sich nochmal hat's noch gesehen sehr nice wieder ein schönes Fußballspiel Leute lasst ein Like bis zum nächsten Mal macht's gut tschüss 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 tschüss